Musik Geht ab Leute, das hier ist das Video zu meinem ersten Wettkampf. Wir haben jetzt vier Tage vom Wettkampf. Heute ist der zweite Entladetag. Den ersten habe ich nicht gefilmt, weil der nicht so interessant war. Und ich gönne mir jetzt ein Omelette und ich zeige euch, wie man ein nices Omelette macht, was gut schmeckt, ohne viele Kohlenhydrate. Ich glaube übrigens auch, dass die wenigsten Leute von euch wissen, dass ich gelernter Koch bin. Vor einem Jahr ausgelernt, habe seitdem aber nicht mehr wirklich als Koch gearbeitet, nur noch jetzt nebenbei. Also man kann jetzt in den Entladetagen natürlich nicht so viel machen, aber man kann auch mit wenig Mitteln echt was Leckeres kochen. Das sind jetzt die Zutaten. Paprikapulver, Pizza-Gewürz, Bohnenkraut, Pfeffer, Tabasco, Kidneybohnen, Salz und fünf Eier. Ein kleiner Tipp am Rande. Normalerweise lässt man beim Kochen die Pfanne erst heiß werden, tut dann Fett rein. Besonders, wenn das zum Beispiel Kokosnussöl ist, weil das nicht so hitzebeständig ist. Wir kochen das allerdings direkt rein, weil wir machen ja Eier. Und die sollen langsam durchbacken, damit die nicht unten verbrannt sind und oben noch flüssig. Deswegen direkt rein. Während das Ganze hier vor sich hin brutzelt, kann ich euch hier einmal die Makros einblenden. Das sind 52 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Kohlenhydrate und 33 Gramm Fett. Also für die Entladetage, wo ich auf 100 Gramm Carbs kommen möchte, ist das optimal. Leute, so sieht das Endprodukt aus. Ich habe auf jeden Fall in meinem Leben schon schöne Raumlets gemacht, aber man kann es nicht ändern. Manchmal muss es auch auf die Makros abgestimmt sein und halt auch die Menge ist zu viel gewesen. Aber ganz ehrlich, jetzt soll mich in der Diät nicht stören, dass es viel ist. Deswegen lasse ich mir jetzt schmecken und ich melde mich auf jeden Fall gleich wieder. So, das ist jetzt das Posing nach zwei Ladetagen, also komplett flach. Da drückt keine Muskulatur gegen die Haut, was Spannung erzeugen könnte. Keine Adern oder so. Aber ich zeige euch auch im Verlauf des Videos noch, wie das Ganze geladen aussieht. Und ich denke, das macht einen richtig krassen Unterschied. So, hier kocht auch schon mein Reis für heute und morgen. Ich koche einfach alles doppelt hier, damit ich am wenigsten Stress habe. Also gibt es das Gleiche heute und morgen zum Laden. So, kleiner Tipp, bitte gefrorene Sachen optimalsten im kalten Wasser auftauen lassen. Ich habe jetzt ein bisschen Zeitdruck, deswegen mache ich es in schnellem, also heißes Wasser. Und dann kommt das alles hier in die Pfanne. Und dann kommt das alles hier in die Pfanne. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Hier ist das Meal Prep für morgen. Ist eigentlich alles am Start. Kohlenhydrate, bisschen Zucker in der Barbecue-Soße, Salz ist da drin. Spargel ist gut verdaulich, genauso wie der Tintenfisch. Und damit sollte ich eigentlich ziemlich gut laden. So, schönen guten Morgen. Wir haben Samstag, One Day Out, 8 Uhr oder so. Das Schöne ist, wenn man beim Friseur war, zumindest bei mir, sitzen die Haare am nächsten Tag einfach genauso. Und wir checken jetzt mal die Form, gucken mal was die Form sagt und gucken, ob ich noch ein bisschen laden muss. Also ich finde, da muss jetzt noch heute einiges geladen werden. Aber so vom Körperfett oder so bin ich sehr, sehr zufrieden. Salz wird rausgestrichen heute. Ich trinke 2 Liter Zinkrauttee. Der soll dann besser entwirken. Ab 18 Uhr gar nichts mehr. Morgen früh auch nichts mehr. Heute Abend kommt noch Farbe drauf. Morgen früh noch mal eine Schicht. Und ich bin ready, denke ich. Für alle, die es interessiert, das sind 4 mm Bauchfalt. So Leute, ich frühstücke jetzt. Es gibt Reiswaffeln mit Reissirup. 1 Liter Zinkrauttee. Bis zu 12 Uhr Wettchen trinken meine Subs. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Aber zum Plan heute. Heute ist komplett Salz- und Süßstofffrei. Nur noch Protein. Ein paar Veggies für die Förderung. Und hauptsächlich Kohlenhydrate. Da werde ich nach Gefühl gehen. Je nachdem, wie sich die Form verändert, werde ich noch laden oder auch nicht. Aber ich denke, das wird so um die 600, 700 sein. So, heute gibt es auch 2 oder 3 Kalinor. Da bin ich mir noch nicht sicher. Kalium. Im Prinzip Kalium-Natrium-Verhältnis. Dadurch, dass ich heute das Salz rausstreiche und das Kalium erhöhe, wird das ganze Unterhautwasser in den Muskel gezogen. Zumindest ist das die Theorie davon. Der Zinkrauttee, von dem ich heute nur 2 Liter trinke bis 18 Uhr, ist ebenfalls entwässernd. Also rein prinzipiell sollte das alles klappen, wenn ich jetzt ordentlich lade. Hey Leute, ich bin gerade Todes am Chillen. Ich bin frisch rasiert. Habe jetzt ein bisschen was geladen. Schon knapp einen Liter Brennnesseltee getrunken. So sieht das Ganze hier aus. Und ich weiß nicht, ob man es in dem Licht erkennen kann, aber Wasser geht endlich langsam raus. Noch einen Liter wird jetzt getrunken von dem Brennnesseltee. Ab 18 Uhr geht gar nichts mehr. Und dann erst morgen wieder zum Aufladen gegen 11, 12 Uhr vielleicht. So, ich werde mich natürlich heute nicht nur von Kohlenhydraten ernähren, sondern ich habe auch ein bisschen Spargel drin für die Verdauung. Und ein bisschen Alaska-Seelachs, damit mein Eiweiß heute gedeckt ist. Und ich nicht komplett katabol laufe. Der Rest sind Carbs. Das hier gibt es heute Abend. Das wird auf jeden Fall nice. Aber auf den freue ich mich auch schon richtig. So sieht das Ganze fast fertig aus. Das gibt es jetzt. Aber habe ich schon mal erwähnt, dass ich Alaska-Seelachs hasse. Schaut euch das mal an. Dadurch, dass er gefroren ist, zerfällt der Sonne der Pfanne. Egal, wie heiß die Pfanne ist oder egal, was man macht. Egal, schmecken tut es trotzdem. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir Farbe auftragen. Nur so zum Vergleich, so sieht es aus, wenn noch keine Farbe drauf ist. Aber gleich werdet ihr sehen, dass es einen erheblichen Unterschied macht, wenn Farbe drauf ist. Ich habe hier gerade zwei Paar Socken von meinem Mitbewohner, das Gummi abgeschnitten, damit die hier bei der Farbe keinen Abdrück dahinter lassen. So Leute, wir haben es. Wir haben einen Wettkampftag. 6.30 Uhr. Formcheck. Wasser ist jetzt ziemlich komplett raus. Und ich bin zufrieden, wenn ich jetzt noch ein bisschen lade. Sollte passen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Fulda. Wir fahren ungefähr eine Stunde. Wir sind gut drauf, zumindest ich bin gut drauf. Ich weiß nicht, wie es meiner Freundin gerade geht, aber das wird schon klappen. Wir konnten nicht mehr machen, als wir jetzt gemacht haben. Jetzt nur auf der Bühne das Posing abliefern. Und dann kann man es eh nicht mehr ändern, wer kommt oder was passiert. Wir bringen unsere Leistungen. Nice. Alter. Wie man didn't cook here. Richtig dieser Kameramann on point, Alter. Mensch Musik 1 ist durch, für mich hat es nicht fürs Finale gereicht, also ich bin nicht in den Top 6, aber völlig rechtfertigt, die Leute sahen brutal aus, ich werde euch auf jeden Fall, wenn ich davon Aufnahmen bekomme, noch ein paar Aufnahmen reinschneiden, ansonsten bin ich komplett zufrieden mit meiner Form. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, ich hab schon geduscht, Farbe im Gesicht ist weg, am Bauch und generell noch nicht ganz so, Form sitzt aber noch. Jetzt gibt es Hähnchen mit Barbecue-Soße, Ketchup und mal mit Olivenöl gebraten, hatte ich seit Ewigkeit nicht mehr, ich benutze sonst immer hier so einen Kokosnussspray, aber heute wird sich mal gegönnt beim Hähnchen. Ist doch nicht ganz so nur bei Hähnchen geblieben, ich hab mir hier das Ben & Jerry's Peanut Butter Cookies, Non-Diary, also da sollte ich kein Problem mit aufblähen oder aufschwemmen, weil das bekommen, deswegen das Eis ist nicht ganz so scheiße wie ein anderes jetzt. So sieht das Ganze nach Hähnchen und Eis aus. Eigentlich immer noch genauso trocken wie heute Morgen fast. Nur mit bisschen mehr Wagenvolumen. Jetzt am Ende des Videos, weil der Wettkampf durch ist, möchte ich euch noch mein Gewicht zeigen. Ich hab mich vorher auch ohne Kamera gewogen und es sind 58,7 Kilogramm ohne Klamotten und ohne Kamera. Was ich wirklich, wirklich heftig finde, weil ich hatte irgendwas mit 56 Kilo erwartet. Ich bin übrigens eigentlich immer noch fast genauso trocken wie gestern. So, das soll's aber jetzt auch gewesen sein. Ich beende jetzt das Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Ich werde öfters Videos machen, besonders jetzt noch. Den nächsten Wettkampf werde ich auch noch filmen. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.